Ich begrüße sehr herzlich die Damen und Herren Abgeordneten des Landtages Sachsen-Anhalt. 2016, Ende Oktober in Magdeburg. Es ist der erste parlamentarische Abend, den der Verband der Physikalischen Therapie Sachsen-Anhalt veranstaltet. Für den Verband ein Experiment. Es geht darum, mit Politikern des Bundes- und Landtages ins Gespräch zu kommen, auf die Sorgen der Therapeuten hinzuweisen. Auch die Kassenärztliche Vereinigung und Ärztevertreter sind dabei. Schon das ist ein Erfolg. Jedoch müssen die Rahmenbedingungen für unsere qualifizierte Tätigkeit, für unser Engagement deutlich verbessert werden im Klartext. So wie wir jetzt von den gesetzlichen Krankenkassen verbietet werden, wird es in Zukunft keine Physiotherapie mehr geben. Der Beruf, die Berufe werden unattraktiv für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. Die Schulen kriegen keinen Nachwuchs. Wir kriegen keine neuen Kolleginnen und Kollegen. Und das Schlimmste ist, der kranke Bürger, der kranke Mensch wird zukünftig nicht mehr flächendeckend mit Physiotherapie behandelt werden können, wenn dieses Loch zum Thema Nachwuchs immer größer wird. Das wollte ich mit auf den Weg geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, wichtig ist für mich eigentlich oder für uns als Verband ist wichtig, dass wir heute am parlamentarischen Abend den Politikern unsere Forderungen präsentieren konnten, insbesondere Wegfall der Grundlohnsummenanbindung und die Möglichkeit, Modellvorhaben nicht nur zur blanke Verordnung, sondern auch zum Direktvorgang durchführen zu können. Ja, spannend ist, dass Modellvorhaben beschlossen sind und da versuchen wir uns dann aktiv einzubringen. Das ist das, was ich mit Herrn Kellermann auch schon besprochen hatte, sodass wir, denke ich, ab dem nächsten Jahr, wenn das Gesetz beschlossen ist, aktiv versuchen, das anzugehen. Heißt das, dass jeder Patient am Ende vielleicht wirklich eine Blankoverordnung vom Physiotherapeuten ausgestellt bekommt? Nein, das denke ich nicht. Also der Arzt stellt ja die Verordnung aus zum ersten und zum zweiten ist es ein Modellvorhaben. Das heißt, es wird in kleinen räumlichen Regionen sein oder mit wenigen Therapeuten. Also man wird das erstmal ausprobieren wollen und dann schaut man, ob es eine Resonanz darauf gibt und wie die Erfolge der Therapie sind. Haben die Physiotherapeuten die Kompetenz? Ich denke, dass sie die Kompetenz haben, das Heilmittel auszuwählen. Das ja. Was wir meinen, was nicht funktioniert, ist die Diagnosestellung. Da hat die Kompetenz eindeutig der Arzt, aber das Heilmittel auszuwählen bei einer definierten Diagnose, das kann der Therapeut vermutlich im Einzelfall genauso gut oder vielleicht sogar besser als der Arzt. Herr Sorge, was nehmen Sie vom parlamentarischen Abend mit dem Physiotherapeutenverband mit? Für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Heilmittelerbringer noch stärker als bisher unterstützen. Herr Kellermann hat es ja angesprochen, es gibt eine Menge Probleme, die wir auch auf Bundesebene lösen müssen. Das ist einmal Entkoppelung von der Grundlohnsumme, das ist die Frage des Direktzugangs auch bei der medizinischen Anwendung der Physiotherapeuten. Das ist die Frage der Vergütung, die ganz, ganz wichtig ist. Und das sind eben Dinge, die man im Rahmen eines parlamentarischen Abends auch mal ein bisschen abseits vom Tagesgeschäft besprechen kann. Also das Wichtigste, was für mich hier von Herrn Kellermann beschrieben wurde, ist der direkte Zugang, ohne dass man jetzt einen Arzt vorher ausfügt. Und das ist, glaube ich, Orthopäden und Ärzten zurzeit noch nicht vermittelbar. Naja, zum einen, dass es sehr wichtig ist, sich weiter dafür einzusetzen, dass nicht nur die physikalischen Therapeuten, sondern alle Therapieformen gleichermaßen bedacht werden müssen. Und dass wir uns auch zum einen anstrengen müssen, was die Rahmenbedingungen vor Ort betrifft, was die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen betrifft und letztendlich auch ein bisschen, was die Akzeptanz dieser Berufsgruppen in der Öffentlichkeit betrifft. Herr Kohl, was nehmen Sie von dem parlamentarischen Abend eigentlich jetzt mit? Also die Bedeutung des Verbandes, ich wusste selber nicht, wie groß der überhaupt in Sachsen-Anhalt ist und welchen Forderungskatalog auch der Verband an die Politik stellt. Nicht nur an die Bundespolitik, sondern auch an die Landespolitik. Ich werde natürlich dann auch einer Fraktion darüber berichten, was hier kommuniziert worden ist, was die Erwartungshaltung auch ist. Nun zunächst fand ich es erfrischend die Offenheit, mit der uns hier die Probleme geschildert wurden. Wir sind ja heute Abend als Politiker nicht da, um zu hören, wie schön und toll alles ist, sondern wir wollen natürlich auch, wie gesagt, die Probleme erfahren. Und natürlich hat dieser Berufsstand auch einen gewissen Ehrgeiz. Da sind ja viele dabei, die sind selbstständig, die haben eine eigene Praxis, die beschäftigen selber auch Angestellte. Und man muss natürlich auch kaufmännisch denken. Und für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, auch diese Selbstständigkeit zu stärken. Und das ist schon wichtig, dass man auch über die Vergütung spricht. Gute Arbeit muss gut honoriert werden. Was ich jetzt festgestellt habe in der letzten Zeit, ist eben der Punkt, dass viele Politiker diese Probleme überhaupt gar nicht kennen. Und dass sie halt erstmal überhaupt von uns hören und das vielleicht eventuell auch in ihren Fraktionen weitergeben, vielleicht doch mal drüber nachdenken für sich persönlich. Und wenn wir den nächsten parlamentarischen Abend durchführen, vielleicht doch in einer größeren Personenanzahl und von allen Fraktionen kommen werden. Und das würde ich mir sehr wünschen. Der erste parlamentarische Abend des Verbandes der Physikalischen Therapie Sachsen-Anhalt war ein Abend des Dialogs. Und somit vielleicht ein Meilenstein auf dem Weg der Veränderung.